Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Digital 5, das Erbe der Könige. Den Phyllix aus der Asche. In der letzten Aufnahme sind wir über den Fluss rüber gegangen und haben die Banditen verprügelt. Und jetzt gilt es, Verhandlungen durchzuführen. Wir alle wissen natürlich, wie Verhandlungen mit Kerlbrots genau aussehen. Unangenehm, minimal blutig und vielleicht findet man hier und da noch ein paar Eingeweide, die so... über die Balustrade verteilt sind. Aber wie genau das aussehen wird, das werden wir gleich sehen, sobald dieser Ladebildschirm sich verduften lässt. Da werden wir. Gut, wir stehen hier. Wir machen unseren Uhrzeiger wieder an. Wir halten eine gute Position hier. Wir geben kurz mal ultimatives Gummi. Ja gut, behalten wir unsere Augen auf den Durchgang hier. Wenn ich das mache, hört sich das irgendwie an, wie ein wütender Kerl mit der Frosch. Ja, in Ordnung. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Ich kümmere mich darum. Es ist Zeit. Ja. Kälberos hat auch wieder eine Lunge drauf. Ich kann mich gleich mal wieder von meinen Stimmbändern verabschieden. Jawohl. Die haben ja schon viel, viel zu lange Pause gehabt. Hier ist die Kaserne. Da ist der Schießplatz. Ja, in Ordnung. Da der Stall. Wir können unseren Kontrahenten schon mal ein bisschen ausspäden. Ja, ist gut. Das kann ich. Zahltag. Ein Schankwirt ist traurig. Ach ja. Weil die Steuern zu hoch sind. Eure Siedler werden gesegnet. Im Übrigen habe ich gerade überhaupt keine Ahnung, was wir uns gerade überhaupt erhandeln. Alles in Gießen. Hier ist das Bürgchen. Also von den Staatsverteidigungsanlagen her sieht das alles sehr, sehr einfach aus. Wahrscheinlich nicht für den Truppen, die der aufbieten wird. Reguläre Geschwindigkeit. Dörfbar. Der lieber alte Geldsack von Hamburg. Wir müssen da was klären. Kermos. Gut, dass du dich hier blicken lässt. Wie ich sehe, hast du eine ordentliche kleine Stadt bauen lassen. Ja gut, aber nun möchte ich. Ah ja, ja. Nun bin ich dran. Du verstößt gegen sehr viele Gesetze. Nicht schon wieder. Da wäre zum Beispiel das Tragen von schwarzen Helmen zwischen 10 und 14 Uhr. Das Stören des Bürgermeisters zwischen 8 und 16 Uhr. Natürlich, Arbeitszeiten, da kann man den Bürgermeister auf gar keinen Fall stören. Das Betreten der Stadt, falls kein Bewohner von Langburg zwischen 8, 9 und 8. Falls kein Bewohner von Langburg zwischen 9 und 18 Uhr. Und... Das hast du jetzt also ausgedacht. Und wenn schon. Meine Wachen werden dich jetzt in eine supertolle Unterkunft begleiten. Die ist sogar schon völlig umsonst für dich. Und du brauchst dich gar nicht zu verwehren. Ein paar meiner besten Scharfschützen zielen schon auf deinen kostbaren Dickschädel. Kermos ist erstmal in Gefangenschaft. Du musst nun Kermos aus dem Gefängnis der Langburg gefreien. Wagt wird dir bei der Mission immer hilflich sein. Ein neuer Auftrag. Natürlich wird er das. Sicher. Ihr miesen... Ihr mieser Abschirm schon wieder. Ich meine, was hat Kermos erwartet, wenn er zur Verhandlung rüber geht? Wir schicken ihn jetzt zwar als Stoßtrupp voran. Und so ein bisschen Platz freiräumen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurer Hohengeschubse? Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurer Hohengeschubse? Das ist ja Gruppe 7, oder? Ja. Oh shit. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurer Hohengeschubse? Da war ja was. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wie ihr wünscht. Gut. Ich traue unserem Gegner nicht. Also würde ich sagen... Zeit für Diebe. Ja, definitiv Zeit für Diebe. Wozu mit den ganzen Kanonentürmen rumprügeln, wenn nicht nötig? Sofort. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich tue mein Bestes. Und das ist für ein kleiner Fehlschlag. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wird gemacht. Was da schon wieder rausgequollen kommt. Nein, Kunschi! Wark kommt zurück. Wark macht sich wieder komplett nutzlos. Und ja, da kommt der Gegner ordentlich rausgequollen. Ja, ich war. Sofort. Ja. So, macht die Leute mal ein bisschen stärker. Gruppe 0. Das ist Gruppe 0. Bewegt euch. Rette den Turm. Angriff. Sofort. Attacke. Der Turm ist im Eimer. Und attackiert eure Siedler. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Schankwild ist traurig. Der Kunschi, dass er lebt noch. Eure Siedler werden gesegnet. Gruppe 0. Da muss ein neuer Turm hin. Ich würde sagen... Hier hin. Ein bisschen zurückgelegt. Gut. Unser Gegner ist sehr wütend auf uns. Und ich habe nicht vor, mich auf der Ressourtsschlacht einzulassen. Ach, wir haben Steine gekriegt, glaube ich. Haben wir? Werden wir gleich sehen. Die anderen Handeln müssen auch gleich fertig sein. So. Kommen wir hier rüber. Du ziehst dich mal kurz zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir mit den Dieben hier durchkommen wollen. Aber ich vertraue doch, dass wir einen Weg finden. Hallo Gruppe 6. Hast du meine Marke? Nicht für dich. Wir kümmern uns darum. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Gerne. Aber sicher. Mache ich. Für euch doch immer. So. Schön ausmanövrieren. Mit Vergnügen. Da in die Nische. Warte darauf, dass die Gehe alle von uns vorbeigezogen sind. Mit Vergnügen. Mache ich. Für euch doch immer. Feinde greifen eure Häuser an. Für euch doch immer. So ein bisschen hin und her ziehen. Ja. Aber sicher. Das braucht eine Reparatur. Dann haben wir den alten übers Ohr gemacht. Das hier braucht eine Reparatur. Dach, Chef. Die bauen also wieder Sachen auf. Ich hatte... Nein, nein, nein. Ich hatte echt gehofft, dass sie das nicht machen würden. Holz. Wir haben gerade Holz eingekauft. Gerne. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Das würde schwer für das Nächste sein. Oh nein. Und dann... Dann haben wir den alten übers Ohr gehauen. Und der... Der Mord unserer Ableigenen. Die Schweine. Dach, Chef. Ah, da kommen sie einfach rausgequollen. Das kann ich. Seid unbesorgt. Jawohl. Ger, auf in den Kampf. Attacke. Der Handel ist beschlossen. Gruppe 7. Rettet den Turm. Fertig, Meister. Angriff. Gut, das funktioniert alles nicht. Sie greifen an. Ich möchte eigentlich mit minimalen Verlusten hier durchkommen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und dann... Dann haben wir den alten übers Ohr gehauen. Können wir dir am Morgen schon unsere Leib eignen. Und drängen uns mit jedem Schlag weiter zurück. Dach, Chef. In Ordnung. Und unsere Diebe hier unten. Die Nahkämpfer sind das größte Problem. Das größte Problem sind natürlich immer die feindlichen Fernkämpfer. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Vorsicht. Ja, ich mache mich. Geht's in die Nische rüber. Oh, da ist ein Turm. Nicht zu Nische rüber. Nicht zu Nische rüber. Aber sicher. Natürlich. Für euch doch immer. Mache ich. Und die haben sich entdecken lassen. Ja. Wie ihr befehlt. Wir erledigen das. Fertig, Meister. Eins, zwei, drei, vier. Beten. Ich glaube, es wird kein Weg dran vorbei. Wir müssen das durchprügeln. Auf die blutige Art. Wobei, nee. Der Gegner zieht sich zurück, wenn er zu großen Verlust erleidet. Das ist vorteilhaft. An mehr eins gibt Deckung. Ich tue mein Bestes. Wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Nicht bewegen, schießen. Das ist schwierig. Gruppe 0 auf dem Weg. Wir haben die noch nicht zu Gruppe 0 gemacht. Gruppe 0. Kommt hier rüber und macht den Turm. Wie ihr wünscht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Hilfe gesehen. Dort oben im Baum. Auf den Turm. Kanon vorwärts. Leert sie das fürchten. Ja, für Ruhm und Ehre. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wack. Mitkommen. Wie ihr wollt. Ihr werdet angegriffen. Lasst euch zurückfallen. Schießt. Machen wir das an, damit wir sehen können, was überhaupt alles abgeht. Euer Wunsch ist mir befehlen. Nein, Armee 1, das tut ihr da. Angriff. Ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf. Wack. Position halten. Schub geben. Gruppe 2. Da drauf. Kanon. Da drauf. Wo soll es sein? Attacke. Es hat mich nicht gesagt, Gruppe 2 auf den Turm. Das war mein expliziter Befehl und ihr ignoriert den. Zurück. Wird gemacht. Wir erledigen das. Schon wieder zu stark ausgeblutet. Ich will ja Verluste vermeiden, wo auch immer es geht. Wir brauchen mehr Türmer. Wir brauchen mehr Türmer. Dort oben im Baum. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstört. Nein. Gruppe 0. Ich hasse euch. Warum greift ihr meinen Leib eigenernd dauernd an? Wir haben euch nichts getan. Wir bauen nur die Türme, die für eure unmittelbare Verdammnis verantwortlich sind. Kunji 5 ist tot. Wir haben überhaupt keine Kundschaft dann mehr. Das mit den Dieben wird nichts. Wir kommen da nicht durch. Okay, ich sehe folgendes. Wir haben keinen Weg, den Gegner auszumanövrieren. Er baut seine Gebäude, die wir zerstören, wieder auf. Das bedeutet, alles, was wir machen können, ist Ressourcenschlacht. Und ich hasse Ressourcenschlacht. Wobei, ist Ressourcenschlacht das Einzige, was wir machen können? Wir würden doch lieber Diebe einsetzen, um ehrlich zu sein. Wir müssen unsere Verteidigung so stark hier aufbauen, dass der Gegner nicht durchkommt. Und dafür helfen uns sehr viele Belagungskanonen. Die wir übrigens ja nach vorne bringen sollten. Was macht ihr da? Gruppe 0? Nein. Repariert den beschlissenen Turm. Macht sie nieder. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir erledigen das. Fertig. Gruppe 7, ihr gehört jetzt zur Gruppe 0. Willkommen in der Hölle. Wir kommen wirklich in einem durchgehenden Schwall da raus. Hört auf, unsere Leibbeigungen zu ermorden. Wenn wir den bauen, dann wird es jetzt zu weit vorne und ist dementsprechend angreifbar. Setzen wir lieber noch einen Turm noch dorthin. Beweggst du den Arsch darüber? Komm, wir sind nicht klar auf ihr Leben. Gruppe 4. Der ist immer noch nicht angekommen. Bewegst du deinen Arsch nach hinten. Ist das so schwierig? Gruppe 2. Hinten. Wir erledigen das. Nicht im Weg rumstehen. Ja, mein Herr. So soll es sein. Wir haben ja echte Wegfindungsprobleme. So hohe Steuern habe ich meinen Liegtag noch nicht zahlen müssen. Sei gesegnet. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gut, unsere Position hält sich gerade sehr vorzüglich. Nachdem wir diese beiden Türmei verloren haben, die hier vorne sind. Denn die Wand hat sich zu... zu entblößt. Wir hatten keine Deckung. Ausbau vollbracht. So, aktuelle Gruppe 7. Für euch doch immer. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. So soll es sein. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ihr werdet angegriffen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Da. Dort oben im Baum. Seid unbesorgt. Ihr habt eine Aufgabegruppe, Noll. Hast du meine Mark? Nicht reinrennen. Nicht enttarnt werden. Sobald wir die nächste Gelegenheit haben, versuchen wir euch durchzuschmuggeln. Ich würde sagen, das ist die nächste Gelegenheit. Okay, wir machen das die Todes, das ist die nächste Gelegenheit. Andererseits. Was tust du da? Okay, du bist... Das könnt ihr vergessen. Ihr kommt da nicht durch. Ihr kommt da nicht durch. Ihr kommt da nicht durch. Das ist das geht nicht für mich. Bis dann. Das geht nicht. Und auf der anderen Seite. Hier sie wieder. Schritt. 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 Schritt.